Schau mal, ich hab Blumen für dich. Lieb. Ah, du willst Rosen, oder? Reicht dir das nicht? Hey, doch. Das reicht dir nicht, das war ja klar. Du willst richtige Rosen. Richtige Rosen, ich reich dir nicht. Hey, wie war denn eigentlich? Ist dir das alles nicht genug? Findest du mich überhaupt süß? Find ich süß in deinen Augen? Ja. Willst du mich auch mal umarmen? Grad mal? Ich brauch mal ne Umarmung. Nee. Ich brauch mal ne Umarmung. Achso, okay, ja, ist schon klar. Ich bin abstoßend, oder? Abstoßend und eklig. Okay, bye. Hey, warte doch mal, warte doch mal. Och, was denn? Du weißt doch gar nicht, wie ich nach Hause komme. Ich bin doch nur 1,90. Was ist, wenn ich entführt werde? Aber du bist doch ein Mann und keine Pussy. Ach nee, alles klar. Okay, okay. Ja, lass mich ruhig im Stich. Lass mich ruhig im Stich. Ich hab das schon alleine. Ich hab das alleine, klar. Klar, immer die Frauen, ne? Die sind ja unabhängig. Und Jungs dürfen das nicht. Mal klein und süß sein. Mal klein und süß sein. Ich will auch mal klein und süß sein. Dann geh ich halt alleine. Ja. Du lässt mich jetzt alleine nach Hause gehen, oder? Okay. Hilfe! Bye. Ich bin so klein. So klein und niedlich. Oh, du bist so peinlich. Oh, du bist so klein.